Die Königreiche von Beornicke und Elmet erlaubten mir hier zu beten, auf Geheiß des Eoppa von Beornicke. Die Nephilim waren die einzigen, die in der Lage waren, solche Pfeiler zu bewegen, mit der Macht des Herrn, die sie stützte. Doch wogegen rüsteten sie sich? Hast du ihnen befohlen, oh Herr, gegen die Sünde der Menschen früherer Zeiten? Sollten sie die Dämonen fernhalten? Ich spüre etwas. Licht an die Insel.